Hallo Leute, zuerst mal möchte ich euch dieses T-Shirt zeigen, Status Quo von der Reunion-Tour. Ich war leider nicht da, Holger kommt aber gerade aus London zurück, war bei der letzten Show in der Wembley Arena und hat mir dieses T-Shirt hier geschenkt. Darüber lest ihr allerdings erst im nächsten Heft, es gibt natürlich auch eine Story dazu. In diesem Heft lest ihr dagegen nichts von Status Quo. So, das war's, bis zum nächsten Mal. Hahahaha, kleiner Scherz, aber große Wirkung. Wir blättern das neue Heft durch und stolpern über den Papst, aber nicht über den Papst, den wir die letzten Wochen so immer vorgesetzt bekommen. Dann geht es weiter mit Slayer, die Lombardo rausgeschmissen haben, Orchids neuem Album, Thurisers, das sind alles News, die möchte ich hier natürlich nicht vorwegnehmen. Jesper Binzer, Binzer, D.A.D. ist im Schwarzkasten diesen Monat. Und wie der Zufall es so will, ist die Band auch gerade als ein Co-Headliner für die drei Rockart-Festival-Tage bestätigt worden. Und zwar erstens deshalb, weil sie beim letzten Mal gigantisch angekommen sind und zweitens, weil die Band diesmal ihre volle Show mitbringt. Volle Show bedeutet, da wird jede Menge Krempel auf der Bühne stehen. Und genau deshalb können D.A.D. auch nicht am selben Tag wie King Diamond spielen, denn da steht auch jede Menge Krempel auf der Bühne. Damit habe ich euch jetzt schon verraten, dass, nee, habe ich eigentlich gar nicht. Obwohl doch, wer 2 und 2 zusammenziehen kann und die Tagespreise, die Tagesticketpreise checkt, der weiß natürlich, dass King Diamond am Sonntag spielen wird. Und der weiß dann jetzt auch, dass D.A.D. der Co-Headliner Samstag sind. Das volle Billing gibt es aber erst in, ja, hoffentlich ein, zwei Wochen auf unserer Homepage zu sehen. Da sind nämlich jedes Jahr noch Rücksprachen zu halten mit Agenturen und Plattenfirmen und Bands. Und jeder versucht, seine Position zu verschieben, auch weil Rockpalast mitfilmt und so. Das ist nicht immer ganz so einfach. Aber irgendwann puzzelt sich das alles zusammen und dann präsentieren wir euch das auch. Ach, und es fehlen ja auch immer noch zwei große Bands. Es fehlt immer noch ein Headliner, nämlich der Samstags-Headliner und es fehlt auch der Sonntags-Co-Headliner. So, das war es in Sachen Festival. Wallbeat sind Titelstory diesmal geworden, haben sich gegen zwei, drei andere Konkurrenten durchgesetzt. Wir machen hier mal eine Abstimmung und setzen uns mit der Redaktion zusammen. Und dann entscheidet letztlich auch, wie viele echte Fans eine Band bei uns in der Redaktion hat. Also weniger, ob wir glauben, dass das Thema jetzt gerade besonders toll vom Timing her in die Charts passt. Sondern es geht dann also tatsächlich auch darum, wer macht die Story, wer füllt die Story mit Inhalt. Diesmal war es Frank, unser Frank. Und Frank hat sich durchgesetzt und hat halt so genügend Ideen für Wallbeat präsentiert, sodass wir gesagt haben, okay, wir titeln Story. Dann geht es weiter mit Avantasia von Jens Peters. Quälertag, auch sicherlich eine Band der Stunde. Kann ich auch ruhig hier offen sagen, dass das auch ein Alternativthema für den Titel war. Und weil Quälertag es nicht auf den Heft-Titel geschafft haben, haben sie es auf den App-Titel geschafft. Und die App kommt demnächst. Die App ist also unser neuestes Spielzeug, das hier den halben Laden wochenlang in positivster Aufregung gehalten hat. Und die App ist jetzt fertig und wird euch über andere Kanäle jetzt auch in Kürze vorgestellt. Wir haben sie heute Probe geguckt, die App, und waren eigentlich alle begeistert. Und da sind das Titelthema eben Quälertag. Stimmt das, Ronny, oder? Oder ist... Okay, gut. Killswitch Engage von Jus, diesem Ronny geschrieben. Oh, Heino. Heino im Rockart. Ja, das war so ein Streitthema hier. Wir haben gedacht, ist das cool oder ist das verdammt uncool? Weil es war ja in jedem Folleton schon Thema. Und dann hat Jan Jedecke gesagt, ich möchte das aber eigentlich gerne machen. Und mir fallen ein paar witzige Fragen ein. Und ich habe die Story also mit großem Interesse gelesen. Und ich habe auch zwei, dreimal richtig laut gelacht. Ich hoffe, das geht euch genauso. Dann geht es weiter mit Hypocrisy. Natürlich von Frank, von wem sonst. Cannibal Corpse, Jubiläumsgeschichte. Natürlich von Frank, von wem sonst. Dann Metal in Indien von unserer Leserin Bettina King aus dem Schwabenländle. Geboren 1967, Yoga-Lehrerin geschrieben. Die hat uns also... Das ist diese Bettina. Oft kommen diese Ideen mit den Länder-Specials von euch, von Lesern, die uns also eine Idee schicken und sagen, ich bin da und da im Urlaub. Und ja, die machen dann also diese tollen Specials draus, die immer gut bei euch ankommen. Dies ist auch sehr interessant. Dann Buck Cherry, unser Album des Monats-Thema. Oh, dann haben wir hier eine neue Serie von Rubriken im Heft. Wir wollten das Heft ein bisschen auflockern. Nicht immer nur Story an Story gliedern, sondern auch so ein bisschen Magazinkarakter reinbringen. Boris Kaiser hat jetzt seine eigene Kolumne, die nennt sich Captain Hook, abgeleitet von seiner Perle des Plüschs, die jetzt immer da auftaucht. Dann hat Rensen natürlich sofort Theater gemacht und eine Dr. Prock-Seite eingefordert. Die hat er auch bekommen. Dann blättern wir um und es geht in die Katakomben von Herrn Kaiser. Die sind ja auch sehr beliebt. Oh, diesmal hat er geschichtsträchtige Hefte ausgegraben. Und dann kommen die vergotten Jewels, die ja auch immer gut bei euch ankommen. So, dann haben wir noch eine Story über Soilwork. Witch Burner, Six Feet Under. Ich muss ein bisschen schneller machen, weil ich ein Zeichen kriege, dass ich zu viel gelabert habe. Türfängen, Morning Beloved. Das Thema der Stunde momentan, dem Orchid Klatsch. Und zum Schluss möchte ich euch noch aufmerksam machen auf die Zukunft der Musik. Die komplette Zukunft der Musik wird bei uns dargestellt auf drei Seiten. Wo sind sie denn, die drei Seiten? Ronny, so viel Zeit muss es sein, die muss ich eben suchen. Die Zukunft der Musik. Abgehandelt ab Seite 84. Ihr wisst ja, dass es eine Serie ist. Holger hat diese Serie ja gestartet mit der Diskussionsrunde im letzten Heft. Dieses Mal setzt es sich fort. Die Labels sagen was, wie sie die Zukunft des Tonträgermarktes sehen. Da sind auch durchaus unterschiedliche Meinungen dabei. Und im nächsten Heft kommen dann die Sammler zu Wort. So, ja. Und das nächste Mal gibt es ja auch Status Quo. Bis dann. Tschüss.